Yo, mein Lieben, DOKESCHAUBAUM, damit ihr Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute spielen wir Minecraft Skybus Und ja, heute Leute, die Challenge für heute ist, dass wir Minecraft Skybus spielen, wie halt normal Und dass wir mit unserem Teammate zusammen die Runde gewinnen, das heißt, wir spielen heute mal keine Einzelrunde, sondern eine Zweierrunde Und das Wichtigste ist, dass wir am Ende, am Ende alles reißen und die Runde gewinnen natürlich Aber am besten mit unserem Teammate an unserer Seite, hey, Bro, es geht, okay Ich nehme mir die Kiste unten, okay Okay, deswegen Leute, wir versuchen, bestmöglich mit unseren Teammates zusammenzuarbeiten Wir haben zwei Goldapfel, ich glaube, ich gebe ihnen direkt mal eine, Leute Weil wir müssen beide gleich gut equipt sein, damit wir irgendwas in dieser Runde reißen können Hey, Bruder, 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 ey Junge, wir müssen zusammenarbeiten Du kannst in einer Zweier-Map alleine nicht gewinnen, Digga Du kriegst hier Du bist so ein Dummkopf Hello, Darkness, my old friend Er ist so ein Schwachkopf, komm bitte Bitte schmeiß ihn runter Er ist so ein Schwachkopf, komm bitte Ja Ich gönne es ihm richtig Ich gönne es ihm richtig Alter, was machst du denn da? Hey Er springt Juckt den gar nicht Mann Alter Oha, ich habe beide bekommen Mann, das war es dann wieder komplett Nächster Versuch, Leute Wir versuchen auf jeden Fall Jetzt mal irgendwas zu reißen Bruder, gönn dir doch die Kiste da hinten Kennt ihr diese Leute, die einfach nie die Kiste nehmen? Nehmt einfach nicht die Kiste, juckt den gar nicht Ach, er ist in der Mitte Ach, ein Enderman ist das, Leute Das ist ich Keine Ahnung, aber Ich finde das ganz gut Also, wenn er Wenn er so ein Kid hat Dass der in die Mitte direkt geht Dann komme ich mal direkt nach, ne? 2.000 Jahre später Mate Hello Wo bist du? Hä? Ach, da irgendwo, oder? Äh, lol Ähm, teammate Bist du da? Ach, ne, da ist er, okay MLG Copweb Hat nicht geklappt Digga, er mischt sich einfach da hinten ein Juckt den gar nicht Ich komme Ich komme I'm coming home Gleich eins aufs Maul Mein Mate Da ist er Da ist der Alter, jetzt fahr mal den Gang runter, Bruder Ey, was Hallo Wir haben gewonnen Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger Ich würde mal sagen, das soll so ein Video gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer Bewertung Haut rein, macht's gut und Tschüss